Oh, Kaiser? Das... mehr das Echo vom Ende des Königreichs. Das gesamte Reich ist einer einzigen großen Katastrophe zum Umfeld gefangen, glaube ich. Die sture Blindheit seines Häuptlings hat es für Jahrhunderte oder länger über dem Nichts schweben lassen. Klingt nach Asongo. Es ist das älteste von den hier aus zugänglichen Reichen und das am meisten zersetzte. Was meinst du mit den Ketten aus Fragen gelegt? Klingt nach, was, was Woy Dicka geschaffen hat. Ich kenne keine anderen Worte dafür. Schmerzerfüllte Schreie hallen durch seine Mauren und große Maschinen arbeiten über maskierten Fragestellern. Es ist ein uralter Albtraum, am Leben gehalten durch die Bitterkeit und den Zorn der Gestandenen, die in ihm hausen. Du weißt sonst nichts über das jüngste Reich. Noch frisch die gewisse Wunde, in seiner Pein wieder und wieder gefangen. Gibt es noch andere Reiche? Die Garpel ist in der Vergangenheit. Ich erinnere mich an einen Palast aus Gold und Rauch. Mittlerweile ist er verschwunden. Ein Tempel aus sich wandelnden Hallen, ebenfalls verschwunden. Sie rittet die Stirn, beinahe zuckt sie zusammen. Diese Reiche zerfielen, wurden vom Weißen nichts aufgezehrt. Ich weiß nicht vor wie langer Zeit schon. Ich möchte über etwas anderes reden. Sie nickt. Ich wollte nicht noch etwas über diese Drachin fragen. Abscheu flackert in Renardos verschwommenen Gesichtszügen. Dann lasst mich deine Fragen hören, wenn sie zum Ende des Drachenfuehren hören. Ich habe die Drachen getötet, sie wurde einfach wiederbelebt. Wie kann ich sie endgültig töten? Ich wünschte, ich hätte eine Antwort darauf. Vielleicht würde es genügen, sie an diesem Ort zu bekämpfen, um ihren Halt so weit zu lösen, dass sie endlich in das Nichts fällt. Vielleicht hat sie das Relikt gefunden, nachdem sie es sucht, und ihre Seele klammert sich an das Objekt anstelle ihrer irdischen Form. Wenn man dieses Objekt findet, könnte man es zur Bestie des Winters bringen, damit sie es vernichtet. Ich kann allerdings nicht riskieren, mich auf einem Vielleicht zu verlassen. Nicht, wenn ich das Turm bewachen muss. Wo kommt diese Drachin her? Aus dem Norden. Sie blickt ihre eigenen Hände Stirnrunzeln an. Eine Bässe des Todesfeuers darauf aus, diesen Ort zu beherrschen, wie ein Schneebär seine Jagdgründe beherrscht. Keine Kreatur, Drache oder Kiss, rivalte sie. Aber sie war nicht glücklich und schloss ihre Augen gegen die Götter. Keine Kreatur, Drache oder Gestandene konnte sich mit ihr messen. Und doch war sie nicht zufrieden und wandte ihrem Blick den Göttern zu. Was macht sie hier? Ja, das ist der Widmer. Das hatten wir auch. Weißt du, wie sie an solche Macht gelangen konnte? Das tue ich nicht. Vielleicht hat sie einen Zauberer verspeist. Sehr makaber. Du hast erwähnt, dass die Drache in Magie einsetzt. Ja, selbst bevor sie zu uns kam, haben wir uns aus dem Norden gekommen. Die Worms-Ahabilitäten waren nicht zu ihren Fangen, Klauen und Wäldern. Sie hat die Eltrig-Energien. Ja, noch bevor sie zu uns kamen, haben uns Erzählungen aus dem Norden erreicht. Die Fähigkeiten der Drachen waren nicht auf ihre Klauen zählen und ihren Atem beschränkt. Sie konnte gespenstische Energien kontrollieren. Okay, ich möchte über was anderes reden. Sie nickt und ihr Blick löst sich dabei nicht von deinem. Ich möchte dich etwas über unsere gemeinsame Heimat fragen. Sie neigt dir den Kopf zu. Ja, warum nimmt man den Ort, dass sie wie ich weiß? Mehr als die vergangene Flamme oder das Land der Hirsche? Wir Glamfellen nennen es einfach nur das Land. Außenseiter nennen es das ewige Weiß. Vermutlich, weil vieles davon weiß und schwer zu bereisen ist. Zumindest für die Unerfahrenen. Wie war es vor vier Jahrhunderten im ewigen Weiß? Sehr nah an dem, wie es jetzt ist, nehme ich an. Veränderungen gehen im Land nur sehr langsam vonstatten. Ihr Blick senkt sich, während sie nachdenkt. Wie erklärt man jemanden seine Heimat, wenn man sie immer nur mit den eigenen Augen gesehen hat? Reisende mögen sie als endloses, trostloses Weiß bezeichnen. Ich würde zu den kantigen Anhöhen, den tiefen Küstenfern und den breiten Klüften zeigen. Zu den Faulstürmen und den Schneebären. Und ich würde sie fragen, seht ihr das alles denn nicht? Trotzdem nennen nur wenige Gesteine das Land ihr Zuhause. Nur die Glamfellen und die Inutarnik. Yay, dazu gehöre ich. Sie verfügen über die Stärke und Entschlossenheit, die dies benötigt, um die wäkende Aufmerksamkeit der Bestie des Winters auszuhalten. Edwin schnaubst spöttisch und schüttelt den Kopf. Das hört sich unglaublich an. Danke, erinnere mich daran, nicht dorthin zu gehen. Ich komme von dort. Viele Gestandene nennen das Land in letzter Zeit ihr Zuhause, besonders in den Küstengegenden. Hört sich das wie das Zuhause an, dass du verlassen hast, Vatnir. Ich nehme an, du siehst das anders, Edwin. Es ist ein hartes Land, das harte Leute hervorruft. Es ist irreführend, ihm spirituellere oder schlimmer noch anthropomorphe Eigenschaften zuzuschreiben. Ich kenne deine Art gut, Mädchen. Verstecken sich hinter Worten und Symbolen, auf das die Welt deine Wahrnehmung von ihr nicht beschmutzt. Und ich kenne deine Art, nur zu schnell dabei, jede schwache Brise dem Husten eines Gottes zuzuschreiben. Und nenn mich nicht Mädchen. Du kannst nicht leidern, dass die Götter existieren, Edwin. Denn wir sehen, er sieht die Stirnruzeln dann. Ich würde meinen, dass meine Taten meine Akzeptanz der Existenz der Götter und meine persönliche Verbindung zu Römergrant beweisen würden. Ich schreibe ihnen jedoch keine Allmacht zu und glaube auch nicht, dass ausschließlich sie für jeden natürlichen Vorgang verantwortlich sind. Hört sich, dass wir das Traur sein, das du verlassen hast, Wadnir. Der Orgoth Indie blickt auf den Geist vor ihm. Auch wenn seine Maske seine Gesichtszüge verbirgt, verraten seine gekrümmten Schultern Furcht. Es ist ein grausamer und trügerischer Ort. Zumindest damit hat sie recht. Mit gesenktem Kopf spricht er mehr zum Boden als zu dir oder Rünnheder. Es ist weder noch junger Wintergeborener. Hart und rau vielleicht, aber ehrlich in seinen Absichten. Er verschenkt seine Armut, richtet seine Aufmerksamkeit auf den formlosen Anblick im Hintergrund. Sagt mir, was euch auf dem Herzen liegt, Wadnir. Haben wir nicht genug Zeit verschwendet, an dieser spirituellen Name herumzupicken? Er winkt verächtlich zu Rünnheder hin. Lass uns endlich diesen Drachentönen oder dieses Portal schießen und auch immer, wie wir deiner Meinung nach tun sollten. Klingen viele verschiedene Gestanden in das Land in letzter Zeit hier zu Hause, besonders in den Küstengegenden. Schon seltsam ist der Ruf des Winters so laut geworden, Bruder. Scheinbar. Kannst du mir mehr von den Bleichelfen erzählen? Die meisten Glamfellen leben im ewigen Weiß, wo wir in Clans reisen. Das Leben im Land kann schwierig sein, aber man kommt durch. Der Klan erzielt die Kinder gemeinsam. Jedes Mitglied gibt seine Erfahrungen weiter, damit jedes Kind die Fähigkeiten besitzt, die das Land verlangt. Jeder Klan ist sowohl Familie wie auch Nation. Die Mutter hilft natürlich beim Aufziehen des Kindes, aber die Elternschaft ist manchmal etwas schwierig zu bestimmen. Jedes Kind ist vor allem ein Kind des Clans. Du wirst feststellen, dass sich das Land sehr verändert hat, Gondor. Es gibt nun Siedlungen entlang der Küste, die sowohl mit Kultur wie auch mit Gütern handeln. Ihre kaminroten Augen richten sich auf den gefrorenen Boden. Und wenige Kinder können auf beide Eltern zählen, noch weniger auf einen ganzen Clan. Tiefer Verbitterung schickt ihr den Worten der Beseelerin mit. Im Norden vielleicht. Viele Clans landinwerts halten noch an den alten Sitten fest. Du klingst, als würdest du es vermissen. Ich liebe das Land und ich liebe meine Menschen. Ich liebe das Land und ich liebe mein Volk, aber dieses Leben ist schon lange vorbei. Alle Dinge finden irgendwann ein Ende. Haben die Glanfairn eine bestimmte Einstellung gegenüber Waldelfen? Ich habe nur wenig Erfahrung mit den Shelterfrog, also das ist die formelle Bezeichnung für Waldelfen von der Glanfairn. Sie heißen uns in ihrem Land nicht willkommen. Wir handeln mit den Äderianern. Ja. Wie sieht die Beziehung zwischen den Glanfairn und Römergand aus? Wir haben schon lange Römergand als den ältesten, stärksten und klügsten der Götter verehrt. Er beanspruchte das Land als sein Königreich und uns als sein Volk. Meine Ältesten haben gelehrt, dass wir aus dem Feld der Bestie des Winters gefallen sind, als sie über das Land marschierte und dass die ersten Glanfairn zu gleichen Teilen aus Salz, Schnee und göttlichem Geist bestanden. Haben die Ältesten erzählt, woher Römergand gekommen ist? Wie alle Enden war er von Anfang an unvermeidlich. Das Baby des Frühlings verlangte eine Bestie des Winters. Meine Mutter hat mir einst erzählt, dass sie sich die beiden als ein und dieselbe Gestalt vorstellte. Dass Römergand geboren wurde, um zu sterben, so wie du und ich. Anders als bei uns jedoch gebar seine Geburt die Geburt und sein Tod wird den Tod beenden. Er hat die Flamme entzündet und er wird die Asche vergraben. Ja, was beinhaltet, ist das Konzept der Verehrung von Römergand. Gebet, Gesang, Tanz, Opfer, die Verwendung heiliger Relikte, die Verteidigung heiliger Städten. Mit einem Lächeln deutet sie zurück in die Richtung der wirbelnden, permutartigen Ebene des Widmars. Unsere Priester sagen seinen Willen aus den Eingeweiden des Niedergemetzelten voraus. Sie führen unsere Reisen durch das Land und wir akzeptieren die unvermeidlichen Schwierigkeiten, die sich dabei ergeben. Was ist mit den anderen Göttern? Sie singen jeweils ihr eigenes Lied. Die Flamme hält uns warm, das wäre Magran. Das Meer gibt uns Fisch, das wäre Ondra. Das Land Fleisch. Ähm... Da muss ich jetzt passen. Jeder bietet zeitweise Schutz vor der Kälte und wir danken ihnen für ihre Geschenke. Aber nur Römergand erwartet uns in der weiten Vöde. die Flamme nicht machen können. Und wir danken Ihnen das Vielen Dank.